. 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 Das ist ein sehr starkes Stadterbild, ja. So, hier das offizielle Ergebnis der Damen-Gasse, 1. die 13. die Kamen. Das ist ein sehr starkes Stadterbild, ja, das ist ein sehr starkes Stadterbild, ja, das ist ein sehr starkes Stadterbild. Das ist ein sehr starkes Stadterbild, ja, das ist ein sehr starkes Stadterbild, ja, das ist ein sehr starkes Stadterbild. Und das ist ein sehr starkes Stadterbild, ja, das ist ein sehr starkes Stadterbild. Oh, nur der Springer, bitte. 164,219 und 3,85, das ist momentan die Spitze in diesem Wetterberg. Super schnelles Rennen hier in der Einsteigergasse. 164,219 und 3,85, das ist momentan die Spitze in diesem Wetterberg. 164,219 und 3,85, das ist momentan die Spitze in diesem Wetterberg. Ja, jetzt wird es wieder spannend. Und die 3,86 liegt auf Platz 2 und die 28 auf Platz 3. Ja, jetzt geht's. 164,219 und 3,85, das ist momentan die Spitze in diesem Wetterberg. 164,219 und 3,85, das ist momentan die Spitze in diesem Wetterberg. 164,219 und 3,85, das ist momentan die Spitze in diesem Wetterberg. Hier geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. So, wie gesagt, letzte Runde. Der erste ist schon durch. Der erste ist schon durch. Der 164-Töppelsieg heute für Hugo Zwister vom MSC Schlösserl. Wir warten jetzt noch auf die Plätze 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wobei momentan auch Platz 2, 3,86 liegt, aber ich trau mir schon gar nichts mehr, sagen wir in diese spektakulären Reihe. Platz 3, jetzt schaut's momentan für die 28 nicht so schlecht aus. So wird er für die 106, wer da weiter kann. Das wird der zweite Platz für die 3,86. Jawoll! Und das wird ein dritter Platz für die 28. Platz 3,86. So wird ledigend. Heischengel, du hast die zweite Laufwerte, man glaubt es kaum. Wenn er die 2,89 ist, darf sie nicht ganz gut aus. Wenn ich auf die 206,00 da hab. Aber da haben Sie motorgericht und weiße, was den nicht so gut sagt. Aber nicht, ich weiß nicht nicht so gut wie es lautet. Ich weiß ja nicht, da werden dieassend. Kommt den nicht so gut aus. Los geht's los. 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 Los geht's los.